einen wunderschönen guten morgen leute an diesem 29 8 um 5 uhr morgens mit konkurs 48700 so ich hoffe ihr haltet alle gestern ein bisschen spaß bei dem kleinen special mir hat es spaß gemacht war zwar unglaublich viel arbeit aber ich hatte auf jeden fall ein bisschen spaß so kommen wir zum aktuellen bitcoin kurs und wir sehen hier mal folgendes und zwar habe ich hier diese in anführungsstrichen bullen flagge jetzt einfach entfernt weil ich denke dass das hier eher eine art kanal ist die bullen flagge hatten wir hier nach oben hindurch wochen wieder reingefallen nach oben hindurch wochen jetzt wieder reingefallen also habe ich sie jetzt einfach entfernt ich glaube oder ich habe glaube ich gelesen dass hier schon wieder ein zwei leute geschrieben haben hey ich bin rein ja leute deswegen sage ich hey eine vier stunden kerze über dieser marke wäre ein träumchen denn eine vier stunden marke eine vier stunden kerze über dieser marke haben wir immer noch nicht gesehen nein wir schaffen es aktuell nicht die 39.000 49.400 zu überspringen und auch zu bestätigen also solange wir das nicht schaffen auch keine möglichkeit nach oben sondern wir haben jetzt hier als ich aufgestanden habe ich gedacht hey das sieht ja gar nicht so schlecht aus da waren wir ungefähr hier 39.000 49.500 und dann gab es die letzten ja minuten kennels waren diese hier so auf den aktuellen bitcoin kurs entgehen wir gleich noch mal sofort ein ich bin aufgestanden habe youtube angemacht und dann habe ich gesehen hey er ist unglaublich michael sailor ist gerade live in einem interview und erzählt noch mal ein bisschen was zu seinen nächsten 177 millionen euro die er ja letzte woche in in bitcoin noch mal gesteckt hat und dann habe ich mir das ganze während ich den bitcoin kurs angesehen habe habe ich mir das im hintergrund live angehört und auf einmal ist dieser live stream abgebrochen dann bin ich rüber gegangen und ja dann haben wir folgendes gesehen von ein auf die andere sekunde war der live stream unterbrochen und dieses konto wurde komplett gesperrt es war das offizielle microstrategy konto microstrategy live keine ahnung was da passiert ist was er bis dahin gesagt hat war auch alles im rahmen so kommen wir noch mal jetzt zum aktuellen bitcoin kurs es gibt hier keine möglichkeit oder ja kein grund zu sorgen keine möglichkeit aber auch irgendetwas zu tun wir sind immer noch nicht hier wie gesagt über diese 49.400 mit vier stunden kerzen hinaus wir halten noch weiterhin dann hier diesen support bei 48.600 ungefähr also weder nach oben noch nach unten wir choppen hier ein bisschen hin und her aber es sieht schon noch ganz gut aus wenn wir hier so etwas machen das ist auch alles im rahmen das ist auch alles nicht schlimm und wenn ich das jetzt hier verlängern leute dann passt auf was ich euch jetzt gleich noch zu zeigen habe wir verlängern das jetzt einfach mal hier auf wunderschön das hier ist oder wäre ein relativ kleiner cup für so eine große tasse normalerweise würde ich dann eher sagen hey das wäre doch ganz gut gewesen wenn wir das hier gemacht hätten aber wenn wir natürlich jetzt hier das hier machen ist das auch oder wäre das natürlich auch sehr sehr schön was ist das leute das wäre eine riesige cup and handle formation wenn wir diese machen würden ist aber alles zukunftsmusik nur als dass jemandem noch nicht aufgefallen ist so im grunde genommen war es das auch schon wieder es gibt nicht viel zu sagen wir bewegen uns immer noch in der range zwischen 49.400 und 48600 ungefähr solange wir jetzt hier nicht weiter nach unten brechen und eine vier stunden kerze auch mal unter wichtigem support schließen sprich hier sehen wir wir bewegen uns in dieser range wir haben keine vier stunden kerze geschlossen hier unter 48.500 ungefähr solange das auch so bleibt ist das auch alles okay aber falls wir hier mal eine drunter schießen kann es auch durchaus sein dass wir noch ein gutes stück herunter kommen und dann müssen wir einfach sehen wo die reise hingeht solange wir diese grüne linie hier noch halten ist auch alles okay ich wünsche euch einen wunderschönen start in diesen sonntag bleibt gesund verfallt nicht in panik und wenn euch das ganze gefallen hat drückt gerne den like button hinterlasst ein kommentar für den algorithmus und abonniert den kanal